Dann zeige ich Ihnen, wie Sie eine seitliche Zanzariera ohne Führungsteilment, sprich mit dem Cingolo, zerlegen können. Schließen Sie einfach die Zanzariera. Wenn zufällig der Cingolo gebrochen ist und daher eingerissen ist, machen Sie sich keine Sorgen. Denn so viel können Sie tun, um sie zur Reparatur zu schicken. Man nimmt diesen Punkt hier, zieht ihn nach außen, lässt ihn also los, dann kann man ihn schließen. Denn wenn er kaputt ist, passiert nichts. Man zieht ihn heraus und bringt ihn zur Reparatur. Um es wieder zusammenzusetzen, gleicher Gedanke, denn hier haben wir Aganchi, die hier eingehakt sind. Wenn ich zurückkomme, wird die Zanzariera schräg gehalten, sodass man in die Höhe kommt. Dann, wenn sie in Position ist, braucht es nur noch einen Schlag. Sie ist eingehängt, gehängt, ausgehängt, gehängt. Sehr simpel. Ciao.